Und weil Mirko diese vielversprechende Serie leider auf Eis gelegt hat, kommt hier nun mal mein persönliches Top-10-Ranking der 10 epischsten, das Mirko-LP-Momente. Renn doch! Nein, nein, Hilfe! Oh Gott, ich schwitze am ganzen Körper! Ich kann nicht mehr! Oh Gott, ich schwitze! Ich bin total... Ne, ansonsten hilft mir hier gar nichts. Wenn ich hier jetzt drüber kann, ne? Wenn ich hier jetzt drüber könnte... Boah, wie würde ich schreien? Ja, natürlich! Ich werde... Ich mach's hier in 20 Minuten! Nein, nein! Jut! Moment! Wenn das jetzt klappt... Das geht's nicht! Entschuldigung, Leute! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja nicht wahr sein. Oh man, er geht mir einfach nur freundlich zu verstehen. Dass er mich absolut nicht allein kann. Alter nein nein nein, ich hab ne Phobie gegen scheiß Tentenfische. Nein. Nein 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 Ine mene Scheiß und Fleiß, die Mooney, die heißt ein Feiß. Ja, wir sind in der Zeugball, let's play Bibi und China. Ich trinke noch ein Stück von meinem Wodka und wir gucken mal, was haben wir denn hier? Die Ruine ist ganz schön alt. Mhm. Oh. Bibi, das Boot! Ja, da muss Bibi wohl wieder hexen, ne? Gut, gut, fahr nochmal kurz vor dem Boot wieder. Moment, ja, wie geht das denn hier? So, also hier raufklicken. Dass ich als erstes hier hingehen muss und noch mit diesem Arschloch spreche. Nee, oder? Nein, drauf! Kack! Kack! Ich bin gerade so weit gegangen, dass ich ein Glas zerschmettert habe und meine Hand gerade aufgeritzt ist. Hm, ein Splitter hängt gerade quer in meiner Hand. Ich würde sagen, ich speichere hier ab und verärzte mal gerade meine Hand. Ich sag mal bis dahin, bis zum nächsten Part. Hallo! Du kommst doch auf Land, du dummes Scheißvieh, du dummer, dummer Scheißkack-Philipp! Hauptsache 10. Ich glaube, ich schneide es so lange, bis ich es schaffe, Leute. Weil das ist langweilig für euch, ganz ehrlich. Ich rede mich eh nur auf. Hallo! Ey, du bist der dümmste verkackte, dumme Scheißforscher auf dieser kackverkackten Kackwelt! Ey, dummer Scheiß! Ey, geh doch mal in die Sonderschule, dummes Vieh! Mann, ey, dass es am Ende nochmal so extrem langweilig und belanglos und kacke wird. Unglaublich! Jo, Mann, da habe ich ja direkt Lust, irgendein Kind zu essen, ey. Und Kind zu zerschneiden und zerfleischen. Jo, wie muss ich denn springen, ey? Du verhurte Drecksnutte! Du dreckige... ey! Ich brauche ja auch die Energie nicht für Dings oder... Fick mich einfach, Alter! Fick mich! Oh, fuck it! Was mache ich? Nein, jetzt ist das leer! Ich habe keinen Bock auf das Spiel. Ganz ehrlich, ja. Ey, du Kackköter! Du Kackköter! Ich hasse Hunde! Hallo, Hund. Ja, genau! Ist klar, ist logisch! Du Kackköter, du Drecksvieh! Oh, du Kackgeburt, du dreckiges Misthüllenvieh! Mein Gott! Du Holt, Mann! So. Oh Gott! Du bist ein Scheißköter! Oh, hmmm... Ja. Okay. Fuck ja, da konnte ich... ey, ich kann so ausweichen. Du brauchst drei Schläge, dann ist man wieder tot! Was ist denn das für ein Spiel? Was ist denn das für ein Spiel? Das kann nicht angehen. Achtung! Der folgende Teil enthält verbale Beschimpfungen gegenüber dem Spiel. FSK ab 18. Oder so ein Scheiß. Sag mal, Hitler! Du blöde... Boah, könnt ihr mich aufregen? So ein behinderter Scheißwichser, ey! Hure! Hure! Komm her, du Gamepad! Fick deine Drecks... ...Noma! Deine... ...U... ...U... Fick dich! Ernsthaft! Es gibt's nicht. Ich rush hier normalerweise durch, wie sonst was. Ja, ich rush hier normalerweise durch. Doch dann wird es ernst! Und es klappt nicht! Ist das nicht wundervoll? Nein, nein. Kann ich leider nicht. Oh Gott, 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 oh Gott Scheiße! Nein! 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 Oh Gott, oh Gott! Ich wiehe fast wie ein Pferd! Oh Gott! Ich hab keine Lust mehr! Ich hasse diese Spiele! Oh ja, und wie ich es hasse! Ich hasse dich auch! Oh! Wie schnell! Das Spiel wird einfach grad zu krass, Leute! Ob man ja auch nur durch Laufen durchkommt? Ich mein nicht! Oh mein Gott, ey! Oh, ich hasse es einfach nur, ey! Ich hasse! La, la, la! Ich weiß nicht wo lang! Ja, la, 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 la! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Schau, Leute! Ach, stirb einfach heiß, ey! Einfach! Ja! 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 Ha, ha, ha! Zehn Monster um mich rum! Ich liebe das Spiel jetzt schon! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020